Hi, ja ich habe mal einen kleinen Tipp, wenn euch der pure Reis nicht mehr schmeckt, habe ich Sirupsoße, Jerry Flavor habe ich und das mache ich mir. Schön etwas auf meinen Reis, ein bisschen mehr, weil ich mag es ein kleines bisschen süßer und dafür nochmal danke André Schreiber für den guten Emitab, also ich bin davon wirklich sehr begeistert. Probiert es einfach mal aus. In dem Sinne, bleibt gesund! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.